I'm sorry Wenn Daniel was leidtut, fällt er immer in so Boyband-Modus Daniel, lass mir weh, du nimmst mir die Waffen oben weg, Alter Daniel, geh schnell nach oben, da gibt's Waffen Nein, sind sie nicht mehr Wo? Komm runter, komm runter Damit hast du nicht gerechnet, Judy, wa? Oh, hier wenigstens ne... Er sitzt am Fenster, er hat uns gesehen, glaub ich Also saß da grad am Fenster Hä, hat er sich hingelegt? Oh, 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 oh Okay, einen hab ich, glaub ich, gedowned Einer ist, glaub ich, hierhin gerannt Da haben wir mal voll Einer steht noch im Fenster Ja Down Einer ist noch Tot, schönes Ding Schönes Ding Ihr legt auch die MP5, warum sackt die mir keine an? Hab ich doch grad gemacht? Josi hat uns irgendwie stumm geschalten, oder? Bin ich taub? Doch, er hat's angesagt Ich hab einen Flash-Hider und Extended Mac, aber ich glaub es war auch irgendwo ein Kompensator Das war ein Ding Ja, ich hol mal Auto Guck mal die Zone an Ich hol mal Auto Not wäre ein Kätzchen Oh, achso, das ist ja schon eben Mhm Josi, hier steht auch ein Auto Ist einfach dran vorbeigelaufen Angst, dass ich sie überfahre, wenn ich ehrlich bin Einfach zum nächsten Haus und wir warten auf sie Okay Aber genau auf uns zugelaufen, ne? Genau drauf Das macht Josi auch bei PUBG da an Dann schreit sie ganz laut, dass wir sie überfahren Ja? Direkt hoch zu Railtown Ohne anhalten Ich hab auch keine Ahnung, ob man Schaden kriegt, wenn man während der Fahrt aus dem Auto steigt, ne? Probier's doch mal aus Probier's aus Jetzt haben wir die Zeit dazu Okay, aber erst wenn du ein bisschen langsamer fährst Okay Zieh durch Zieh durch Zieh durch Halt an, halt an Guck dir mal, das Auto ist quasi tot Ach, das wurde mir nicht angezeigt gerade Noch zwei Schüsse Na, unter der KMH-Anzeige Ja, ja, ja Aber ich hab keine Kugel-Einschläge gesehen Kein Nisch Alles Halt einfach an, ja Oh nein Drei Kills, ich bin so ein Tier Aber ich will nicht fahren Daniel? Ja, ich hab gerade geguckt Na klar Ja, na, weil Wo sind seine Mates? Aber man kriegt keinen Schaden, wenn man aussteigt, glaub ich, ne? Also Meins ist meins Ich denke, weil ich hab jetzt gerade nichts gekriegt, wenn dann nicht so viel wie bei PUBG Auf Okay, ich steig raus Ey Warum Marius? Zwei mal hintereinander Äh, oh Auf den Hügel Also, der klingende died die 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 einen 被 die 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 Ich hab auch ne Granate geworfen bei dem einen. Oh scheiße. Ich bin zu dumm. Boah, hier? Ja. Aber der hinter dem... Der Baum ist noch raus. Hat nen Hit. Der am Baum hier hinten. Ist der letzte? Prost. Hat nen Hit. Heile mich. Ich hoffe wir werden laufen. Ja. Oben vom Hügel irgendwo. Ja. Ich sehn. Da ist er. Ich hab ihn markiert. Hinter dem Baum. Ok, da hinten. Ist der von dem Baum gemoved? Ne, jetzt guckt er. Einer ist einfach noch hinter dem Baum. Hab ihn durch die Smoke getroffen? Guckt ihr mal auf den links? Ich guck auf den rechts. Aber ich seh ihn nie laufen. Stirb doch, alter. Der bewegt sich nicht und der schießt nicht. Der ist bestimmt überall anders hingegangen. Kann ich mit deinem Baum nicht erwischen, ne? Ja, ich wurde bespaufen. Von wo ist die Frage? Genau vom... Ich weiß nicht genau wo er ist. Ja, der schießt auf mich. Oh, jetzt kommt noch einer von der anderen Seite. Ja, da hab ich ja die ganze Zeit. Ne, 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 von ganzem. Von wo wir gekommen sind. Ich bin down und liege in der Hütte hier. Kannst du den noch markieren von wo, der... Ja. Wo der dich geschossen hat? Da so ungefähr. Einer läuft nach rechts. Ja, ich seh ihn am Baum. Granate bei Marius. Granate bei Marius. Granate beim Eingang. Boah, wie die mich beschossen. Van Marius hoch. Da ist noch einer. Alter. Da. Da. Habe ich innen gehört. Wir müssen jetzt hoffen, dass die sich beschießen. Also der, der hier reinwirft die ganze Zeit, der steht... Ich hole Josi hoch, heil dich. Da ungefähr. Da guckt der jetzt auch gerade. Der könnte mich gleich sehen. Ich habe Bandagen rausgeschmissen. Hit. Am Baum hier. Ich habe noch acht Bandagen. Ich benutze die erstmal schnell. So was spielt. Der spielt nicht durch das scheiß Fenster, alter. Habe ich ein Glück gehabt, dass der mich nicht gekillt hat. Ich weiß nicht, wo der andere von dem ursprünglichen Baum ist, ne? So, die haben sich einfach alle ringsrum bewegt. Da ist ja noch. Hier hinten. Das ist in der Smoke, glaube ich. Oh, scheiße, Mann. Wie sehr kann man flankiert werden? Immerhin beschießen die sich auch gegenseitig. Oh, da hat doch was geklappert. Ah, hier hat einer reingeschossen. Mein Hellkram ist jetzt alle komplett. Der schießt immer noch von da oben und einer schießt immer noch von da oben. Die bepflastern sich, glaube ich, selbst. Und wir müssen vor allen Dingen zwischen denen durch, ne? Krass da aus. Super gut. Liebesbeschliffig. Hat man da Smoke? Hier oben ist auch noch einer. Da ist er. Ja. Gieß doch auf mich. Ja, ich lehne. Ja, ich lehne. Wir müssen uns bewegen. Fünf Sekunden noch. Aber ich habe halt nichts zu heilen. Ja. Ja. Komm, wir rennen den Berg hoch. Jetzt, jetzt, jetzt. Eratmisch. Da sind drei Leute. Da. Alter, keine Chance, Mann. Keine. Wie wir auch eingekesselt wurden, Alter. Einen habe ich noch gedowned. Aber da standen ja jetzt drei direkt nebeneinander. Da höre ich die grillen bis hier hoch. What the fuck. Jetzt sind, äh, Charmobil grillen. Ja. In die Halle rein. In den nächsten Eingang. Ihr seid mit dem Creep. Zu gierig. Hier ist noch ein, oh, ich glaube ein Zweilm abgelegt. Das klang gerade so sexy-surprise-mäßig. Ich habe noch, oh. Ich glaube, G ist ja wahrscheinlich, ich habe noch ein Vierer. Für euch. Für uns beide, ja. Äh, für einen von euch. Ach so, wen hast du denn lieber? Ich leg das ja einfach kommentarlos mit dem Red Dot auf dem Boden. Geh einfach. Ja. Ja. Sturps. Und weg. Oh, Schüsse? Ja. Ich habe nicht gesehen von wo. Ich auch nicht. Aber wenn du auf die Entfernung schießt, ist das auf jeden Fall kein Hype-Hinger. Ah, ich sehe ihn. Da oben auf dem Container. Oh, wow. Das war ein Vierer. Wir hätten damit Dauerfeuer Angst gemacht. Egal. Mir ist es noch runtergefallen. Ja, ja, der ist runtergesprungen. Aber es war ganz schön sportlich auf die Entfernung, ey. Der ist immer noch da oben auf dem Container. Der ist gerade runtergesprungen. Wie gesagt, es sind mindestens drei. Auto. Auch hier auf meiner Seite. Oh, ich renne. Ihr fährt da lang. Wir ballern auf drei. Der fährt in deren Richtung. Der fährt in deren Richtung, ja. Wir ballern auf drei. Die haben nicht geschossen. Oh, sie jagen dem hinterher. Seht er so laufen? Die schießen. Ich sehe einen. Die Hardcore. Die Leggen. Die Hardcore. Die Leggen. Die Hardcore. Also von hier aus nicht sehen, ich gehe ins Gebäude ran. Ja. Die gehen da hinten in die Halle rein. Da. 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 Da sind sie jetzt drin. Wollen wir in die Halle? Ja. Und sie dann abfangen? Ja. Ich glaube, die sind schon hier drin. Ja. Sind hier in der Halle. Warte, bis sie auf meiner Seite rauskommen. Ich sehe sie hier laufen. Einer nockt. Dahinten läuft einer. Und einer ist noch in der Halle drinnen. Einer habe ich zweimal getroffen. In die Halle rein. Einer steht jetzt da am linken Rand. Einer läuft hier rum. Genau. Da sind mehrere von denen. Einer ist hier links. Hörn. 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 Wow. Ich werde beschossen. Von Süden. Von Süden. Da hinten. Von Süden. Gucken wir mal, ob der hier welches hat. Der hier hat ein First Aid Kit. Alles klar. Sind die doch jetzt alle umgefallen, die um die Ecke standen? Josi, denk dran, Schüsse noch aus 115. Ich bin tot. In der Halle. In der Halle hinter uns. Ich hab'n. Ich hab'n. Okay, Daniel. Direkt tot, Alter. Bei mir liegt ein Haufen geiles Zeug. Unter anderem Silencer für AR. Ja. Ich glaub' ich werf' einfach die Große raus. Welche Ballert denn das? Woah! Josi, echt? Sorry, ich hab' ihn genauso schnell und gut gesehen wie du. Nur, dass ich zufällig grad irgendwo oben stand. Oh Gott. Da war noch einer, glaub' ich. Ja, ja. Äh, geil. Daniel, danke. Jetzt schön lauschen. Nachschritten. Oh, mich hat was gesehen. Oh, hier kommt was rein, Daniel. Ja, ja. Ich bin hinter dir. Oh, was? Das gibt's doch oft nicht. Durch Third Person hat der dich gesehen und du ihn nicht. Hast du nicht? Auch Third Person, aber du hattest einen anderen Winkel. Das ist doch total behindert. Deswegen spielen wir diese Scheiße nicht. Ach, ich muss so dringend ohnehalten. Ich kann doch für dich weiterspielen, wenn du für den Winkel willst. Niemals. Ah, sie denkt drüber nach. Hm, dass du das willst, ist mir klar, aber ob du auch kannst. Das Gute ist, dass ich seh' niemanden. Was schlecht ist, ich seh' niemanden. Hier hinten an den... Warte, ich glaub, ich den kriege. Einen Shot hat er gekriegt. Die spielt um P und die rosa. Der war sofort tot. Holy shit, Alter. Da ist einer, hier drinnen. Bei. Einer down. Bin fast im Arsch. Tot. Das Ding. Ne, da fährt einer, da fährt einer, da fährt einer. Ja, das war der, den ich markiert hatte. Ja. Dann war der doch noch im Outlook. Ich hab ihn nicht gesehen. Ja, ich glaub, der war im Haus drin. Aber das Gute ist, wenn da keiner geschossen hat, kommt von hier keiner. Oh, ich dachte grad... Jetzt weiß ich auch, warum Yosin nicht orten kann, wo die Schüsse herkommen. Man hört halt einfach von überall. Ja. Da hinten, Muscle Flash. Hier rechts unter uns ist einer. Versuch den mal zu silencen. Ich hab ne gesilencede M4. Da hinten. Wir müssen noch ein Stück nach hier gehen. Wir sind noch nicht in der Zone. Wir sind da hinten. Drei Mann. Auto. Wir sehen. Da hinten am Ping. Ja, Auto fährt von meiner Nase lang. Da ist... Da ist jetzt keine Deckung, ne? Das kann nicht wahr sein. Aber die müssen jetzt auch moving. Ja. Tschüss auf mich. Hab ihn. Sehr gut. Da sind noch zwei Mates von ihm irgendwo. Fuck. Man, das dauert so ewig die Waffen zu switchen. Ich hab jetzt nur verloren, weil er fünf Minuten gebraucht hat, um die Waffe zu wechseln. Alter. Ja. Das nervt. Aber sieg's. Tschüss im Rennen. Aber sieg's.